Der Fürstenpalast von Monaco hat in einer offiziellen Erklärung Gerüchte über eine angebliche Trennung von Fürst Albert II. und Fürstin Chalain zurückgewiesen. Diese Spekulationen waren in französischen Medien aufgetaucht, insbesondere in der Zeitschrift Royauté. In der Erklärung des Palastes, welche dem Magazin Royale Central exklusiv vorliegt, heißt es, die Gerüchte seien böswillig und völlig unbegründet. Damit dementiert der Palast eindeutig die Trennungsgerüchte, die in den letzten Tagen in der Boulevardpresse die Runde machten. Der Artikel des französischen Magazins wurde auch von den Klatschseiten aufgegriffen und sorgte in den sozialen Medien für Aufregung. Die jüngste Stellungnahme des Fürstenpalastes soll nun endgültig Klarheit schaffen und den Spekulationen ein Ende setzen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020